Es gibt immer wieder Dinge im Leben, die erzählen eine Geschichte, die einfach nicht wahr ist. Menschen sind fasziniert davon. Sie wollen mehr hören. Ich erzähle auch eine Geschichte. Aber leider möchte ich sie selbst nicht mehr hören. Weil so vieles daran wahr ist. Und es mir jeden Tag weh tut. Aber ich kann nicht aufhören davon zu erzählen. Leoleidoo.